Was ist denn los? Ich hatte den allergischen Schock und wir waren... Wir haben das Essen und jetzt, ich weiß nicht, was sie hat. Mir geht's nicht gut. Wenigstens sieht man aus. Was wollen Sie denn hier? Frau Halt, es tut mir leid. Ich beachte, wenn die Frau verbleibt. Ich habe nicht in das Essen gewartet. Ich habe nicht in das Essen gewartet. Sie haben mich vergiftet. Es tut mir sehr leid. Ich bin unschuldig. Bitte, ich spreche diese Frau nicht sehen. Also, Entschuldigung, Sie haben es ja gehört. Sie haben es gehört. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach direkt... Ach so. Wir gehen jetzt direkt rein. Wir müssen jetzt erst... Ganz langsam. Seit wann ist das jetzt so akut? Ja, das ist nach dem Essen, ist das gekommen. Also, Sie waren beim Essen oder zu Hause? Sie waren beim Essen jetzt gerade. Ja. Wir sind zusammen essen gegangen. Ja. Ich weiß nicht, was weiß ich, was die Essen hat. Aber danach ist es jetzt so gewesen. Ich werde mal den Tod müssen. Ich höre jetzt erstmal auf die Lunge. Als die Frau Eichter mit ihrer Schwester zu uns in die Notaufnahme kam, war unschwer zu erkennen, dass es sich um eine allergische Reaktion handeln musste. Es war nur zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, um welche Ursache genau es sich handelt. Sagen Sie mal, können Sie sich irgendwie erklären, wie diese allergische Reaktion jetzt gekommen ist? Haben Sie bekannte Allergien? Ja, ich bin allergisch gegen Nüsse. Ja. Aber das weiß ich. Und jetzt haben Sie Nüsse gegessen? Ja? Nein. Ach so. Eigentlich nicht. Ja. Ich habe es extra gesagt. Ja. Okay. Der Blutdruck ist in Ordnung. 30, 90. Darf ich fragen, was Sie gegessen haben? Meeresfrüchte. Ja. Es ist tatsächlich ganz spannend, warum so viele Menschen allergisch auf Nüsse reagieren. Aber man hat herausgefunden, dass Nüsse spezielle Eiweiße enthalten, die sich weder durch Erhitzen noch durch die Magensäure zerstören lassen. Und dadurch kommt es schon bei minimalem Kontakt, da reicht beispielsweise auch schon Nussstaub aus, kommt es bei minimalem Kontakt schon zu solch allergischen Reaktionen. Aber Frau Eichle, sagen Sie mal, wer war denn diese Frau, die sich da jetzt permanent entschuldigt hat? Das ist die Restaurantbesitzerin. Ja. Und ich bin mir sicher, sie hat mir die Nüsse ins Essen gewischt. Ich habe ihr das extra gesagt, dass ich eine Nussallergie habe. Und es ist folgendermaßen, ich bin Restauranttesterin. Und vor einem Jahr habe ich sie sehr, sehr schlecht bewertet. Das Restaurant war eine Katastrophe. Das Personal war schlecht. Das Essen war unterirdisch. Und ich habe ihr eine sehr, sehr schlechte Benotung gegeben. Aha. Und ich bin mir sicher, dass sie sich an mir rächen möchte. Dass sie gegenüber der Restaurantbesitzerin so heftige Anschuldigungen von sich gegeben hat, das konnte ich erst gar nicht so glauben. Aber mit der ganzen Geschichte, die wir dann gehört haben, waren vielleicht doch schon einige Gründe, einige Sachen da schon berechtigt. Hatten Sie jetzt ein Notfallkit dabei in Ihrer Tasche? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nachlässig geworden. Ich hatte sehr lange keine allergische Reaktion mehr, weil ich da auch sehr akribisch darauf achte und auch immer sage. Und ich hatte das Notfallkit nicht griffbereit. Okay. Mehr Leid, ja. Ja. Üblicherweise ist das so, dass Allergiker in solchen Fällen ein Notfallkit bei sich tragen im Alltag. Dieses Notfallkit behinten erhaltet Medikamente, die man sich direkt im Anfall, im allergischen Anfall applizieren kann. Dann dürfen Sie so lange vorne Platz nehmen. Okay. Ja. Und ich gucke jetzt erst mal. Entschuldigung bitte. Wie geht es Ihrer Schwester? Ich mache mir solche Sorgen. Es tut mir sehr leid. Ich habe das Essen nicht vergiftet. Es tut mir sehr leid. Naja, aber ganz ehrlich, so ein Motiv hätten Sie ja schon gehabt. Ich meine, meine Schwester hat Ihnen das Haus zerrissen letztes Jahr. Das ist nicht der Fall. Ja, das stimmt alles. Und das war auch zu Recht, wenn Sie ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, hat mir das ganz gut getan. Ich war natürlich auch sehr sauer und ich war sehr beleidigt. Ja. Ja, also, aber es hat, ich habe sehr viel Geld investiert, um mein Personal zu schulen, um nochmal zusätzliche Geräte zu kaufen und ich, und die Gerichte sind jetzt aufgepeppt worden. Das heißt, das Restaurant läuft. Ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, als die Frau Pauli, die Köchin, auch nach den Anschuldigungen von Frau Eichter noch in der Notaufnahme blieb und weiterhin darum gekämpft hat, ihre Unschuld zu beweisen. Ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Zwischenfall auch selbst nach einem Jahr noch Nachwirkungen haben könnte. Zum Beispiel. Zur Beantwortung der Frage, ob Gastronomin Susanne die Restauranttesterin wirklich vergiftet hat, können hoffentlich die Untersuchungsergebnisse beitragen. Zuvor braucht die kleine Chiara in Begleitung ihres Vaters dringend Hilfe. Das verletzte Mädchen verhält sich jedoch recht ungewöhnlich. So, einmal geradeaus durch. Genau. Machen wir. So. Papa, du kannst doch ruhig hier bleiben. Lass mich doch mit rein, Süße. Nein, ich kann das. Ach, jetzt rede nicht so viel. Komm, wir gehen jetzt mal zusammen gucken. Nein, bleib doch hier. Nein, ich komm mit gucken. Auf dem Weg zum Behandlungszimmer ereignete sich eine ganz süße Situation mit Chiara. Und zwar hat sie ihren Papa gebeten, außen zu warten. Wahrscheinlich deshalb, weil sie einfach zeigen wollte, wie tapfer sie ist und dass sie die Situation ganz alleine durchstehen kann. Ja, aber im Verlauf sollte sich dann zeigen, warum Chiara unbedingt alleine im Behandlungszimmer sein wollte. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen deinen Pullover ein bisschen nach oben machen. Da hat's geblutet, da sieht man's. Ja, da sieht man's schon ein bisschen. Der schöne Pullover. Sie wollte es mir auch nicht wirklich zeigen. Ich hab auch versucht zu gucken. Ich merke halt, dass es auch durchsuppt. Ja. Das ist sinnvoll, aber... Okay. Gucken wir jetzt zusammen. Wow, du hast ja schon einen tollen Verband gemacht. Hast du den selber gemacht, Chiara? Okay. Verband ist gut. Ja. Dürfen wir da mal drunter gucken? Lieber nicht. Ich hab mich ja nur am Gartenzaun verletzt. Ist doch egal. Tut das gar nicht weh, Chiara? Nein. Jetzt gucken wir mal ganz vorsichtig. Hat sie irgendwelche Allergien? Papa, guck weg. Ich guck erst mal weg. Meinst du, den Papa wird schlecht? Ich lenke den Papa ein bisschen ab. Hat sie irgendwelche Allergien? Nein. Die hat auch schon einen Täterin. Das Impfung hab ich auch extra nachgeguckt. Sehr gut. Das wollte ich jetzt auch fragen. Alles da. Okay. Das sieht aber schon heftig aus für so einen Zaun. Ja, jetzt gucken wir erst mal. Dann machen wir es mal ein bisschen sauber. Dann sehen wir, wie tief das ist. Ja. Chiara hat mir erzählt, dass sie sich beim Spielen am Gartenzaun verletzt hat. Ja, und als ich mir dann die Wunde so angeguckt hab, muss ich sagen, so ganz hat das nicht gepasst. Aber sag mal, bist du dir ganz sicher, Chiara, dass das am Zaun passiert ist? Ja, wirklich. Mhm. Du lügst nicht oder du schwindelst ein bisschen auch nicht? Das war der Gartenzaun. Okay. Chiara, meinst du, es könnte auch ein Biss gewesen sein, dass sich jemand gebissen hat? Chiara? Chiara? Was ist da passiert? Rico hat mich gebissen. Aber es war nicht seine Schuld. Wirklich nicht, Papa. Ist das dein Bruder? Nein, das war mein Hund. Das ist unser Hund. Ja gut, weil wie ein Menschen bisset mir das auch nicht aus. Bisswunden sind insofern gefährlich, dass Bakterien leicht in die Wunde eindringen können, sich dort infizieren und zu starken Entzündungen oder sogar zu wundstark Krämpfen führen können. Er hat ja so Schlappohren und ich wollte gucken, ob sie bis zum Boden reichen. Wie, ob sie bis zum Boden reichen? Ja, ob er mit den Ohren da dran kommt und dann hat ihm das nicht gefallen und er hat zugeschnappt. Hast du ihn etwa dran gezogen immer oder was? Chiara. Wenn ich ja den ganzen Tag an einen Zöpfen ziehen würde, würde dich doch auch stören, oder? So normal, dass er dann ein bisschen zubeißt. So ein Hund ist in einer Familie eigentlich ein Familienmitglied und Kinder vermenschlichen Hunde auch sehr häufig. Dass die Chiara jetzt die Ohrlänge messen wollte. Der Hund wollte das nicht und ist auch weggelaufen. Aber wie Kinder nun mal sind, ist die Kleine hinterher gelaufen. Und da hat es dem irgendwann gereicht, dem Hund, und dann hat er zugeschnappt. Es war ja nicht tief und es war nicht doll. Ich glaube, es war auch mehr ein Warnschuss. Chiara hat sich von dem Biss schnell erholt und versprochen, ihrem Hund nie wieder die Ohren langzuziehen. Schlimmer steht es dagegen um Patientin Ulrike, der in einem Lokal trotz ihrer Nussallergie womöglich Allergene ins Essen gemischt wurden. Als ihre Schwester Vera am folgenden Morgen zu Besuch kommt, taucht erneut die beschuldigte Inhaberin auf. Wie geht das Ihrer Schwester? Wie geht das Ihrer Schwester? Gehen Sie gut? Hier habe ich eine stattliche Erklärung von meinen Mitarbeitern, dass keiner das Essen vergiftet hat oder manipuliert oder irgendwelche Nüsse in das Essen reingebracht hat. Ich habe die Reste des Essens von Frau Eichter ins Labor geschickt und das dauert mindestens eine Woche, bis die Ergebnisse gekommen sind. Und danach habe ich alles bewiesen, dass ich nichts verbrochen habe und auch keine böswillige Vergiftung fahren lassen wollte. Das heißt, Sie müssen sich noch eine Woche lang gedulden. Ich muss zugeben, ich war sehr überrascht, Frau Pauli am Folgetag nochmal im Krankenhaus zu sehen. Sie hat alles gegeben in der Zwischenzeit, um irgendwie Beweise für ihre Unschuld zu liefern. Und diesmal waren es auch tatsächlich Beweise, die ernst zu nehmen waren. Frau Eichter, ich kann verstehen, dass Sie mich nicht sehen wollen. Ich entschuldige mich vielmals. Hier habe ich noch einmal eine stattliche Erklärung meiner Mitarbeiter, dass keiner meiner Mitarbeiter irgendetwas Nüsse oder irgendetwas, um Sie zu vergiften, in das Essen reingebracht hat. Es tut mir sehr leid. Frau Pauli, ich meine gut, das sind Ihre Mitarbeiter, also wer soll da jetzt was nicht unterschreiben? Das ist gar nicht gut verstehen, dass Sie das nicht glauben. Aber das überzeugt mich jetzt noch nicht. Frau Eichter, was soll ich denn sonst machen? Restauranttesterin Ulrike ist sicher, dass die Gastronomin sich für eine schlechte Bewertung vor einem Jahr rächen wollte und deshalb die Meeresfrüchte manipuliert hat. Das Misstrauen der Patientin verwundert inzwischen alle und führt überraschenderweise zu einer neuen Spur. Ich verstehe einfach nicht. Was ist denn mit dir los? Ach Vera, weißt du, ein Restaurant habe ich schlecht bewertet, aber es war zu Recht schlecht bewertet. Und danach waren meine Autoreifen zerstochen. Was? Und ich habe das polizeilich klären lassen und es war ein Restaurantbesitzer, der mir die Autoreifen zerstochen hat. Und seitdem, ich bin mir sicher, dass da irgendwas im Busch ist und dass Restaurantbesitzer mir was antun möchten. Der Beruf von Frau Eichter ist nicht ganz ohne. Als Restauranttesterin ist man ständigen Konflikten ausgesetzt. Gerade dann, wenn man schlechte Bewertungen abgibt und daraus sich vielleicht Rachegelüste entwickeln könnten, die Folgen für einen selbst birgen. Und da muss ich schon sagen, kann ich die Ängste von Frau Eichter ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe schon wieder so Kopfschmerzen. Könntest du mir vielleicht gerade eine Tablette holen? Ja. Ja, also Sie, das ist wirklich ein Problem der Täter. Da brauchen Sie sich jetzt nicht die Schuld geben. Ich denke, dass Ihre Bewertungen schon so... Ja, aber bei dem habe ich einfach auch Angst, dass mir da was passiert. Das stresst mich auch. Frau Eichter, was sind das für Tabletten, die Sie da jetzt nehmen? ASS, gegen Kopfschmerzen. Mhm. Denn ich habe so die letzten Wochen durch den Stress, das schlaucht mich. Ja. Haben Sie die Tabletten gestern auch schon genommen? Ja. Ja. Okay, ja, weil da kommt mir eine Idee. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt eine Ko-Reaktion, nennt man das. Bestimmte Faktoren, die in Kombination mit Meeresfrüchten allergische Reaktionen auslösen, die sich genau so zeigen können, wie Sie das gestern hatten. Eigentlich eine völlig verrückte Geschichte mit Frau Eichter. Sie hat ihr Leben lang Meeresfrüchte gegessen und auch geliebt. Und dann kommt ein Faktor hinzu und plötzlich werden die Meeresfrüchte, die man sein Leben lang gegessen hat, zum Problem. Das heißt, es waren gar keine Nüsse? Nee, Nüsse, nein. Frau Pauli. Frau Eichter. Das ist mir so unangenehm. Versteht. Ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an. Ich habe mich da total in was reingeritten und ich bitte Sie da wirklich um Entschuldigung, denn ich war felsenfest davon überzeugt, dass Sie mir etwas antun möchten. Ist das... Eichter, ich nehme Ihre Entschuldigung an. Ich bin erleichtert. Ich bin auch froh, dass es Ihnen gut geht und dass es alles so rausgefasst ist. Ach Wahnsinn. Und Sie sind herzlich eingeladen mit Ihrer Schwester bei Ihrem Restaurant nochmal Meeresfrüchte zu essen. Okay, also wenn sich hier alles beruhigt hat und ich wieder fit bin, dann nehmen wir die Einladung sehr, sehr gerne an. Vielen Dank. Die weiteren Untersuchungen bestätigten die Vermutung der Ärztin. Restauranttesterin Ulrike hat die allergische Reaktion auf die Kombination von Meeresfrüchten und ASS-Schmerztabletten schadlos überstanden.